Johnny ist ein Sieger, weil Johnny war meine zweite Rolle im Leben im Kino. Früher war das ein Film mit Melanie Griffith, aber die zweite Rolle war Eishamstiel. Und von damals bin ich Johnny geworden auf der ganzen Welt und ich bin ein Sieger. Mein Name ist genau wie McDonalds und Coca-Cola, ist schon ein Trademark und warum soll ich frustriert sein, wenn ich so ein Erfolg war, wenn ich 21 war. So, ich bin ein Sieger, für immer, aber kommt noch eine gute Rolle von mir, müssen Sie ein bisschen warten, das kommt schon.